So, wie viel Geld haben wir jetzt? 1700 Ich habe auch einen Brief Liebe Nachbar, ich hoffe du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten, Pierre Gut, Dünger braucht kein Mensch, können wir selber herstellen Ähm Wir haben Erbsen Ne, Bohnen Wir haben heute sehr viel Glück, ich würde mich in die Mine verziehen Okay, ich bekomme mich um die Frage Für mich schon, wir haben auf jeden Fall jede Menge Bohnen heute Zum ersten Mal Bohnen Ich weiß noch nicht, wie schnell die Bohnen sind Geh mal zur Biene, tschüss Oh Gott, wie viel passen die Naken? Oh Gott, das wird irgendwie mit Energie eng Oh, Bären Nehmen wir natürlich mit Ich glaube, morgen haben wir mehr als genug für einmal Für was? Äh, für einmal Rucksack Bei dem, was ich gerade alles nenne Das sieht gut aus, ja So, jetzt packe ich mal ein paar Und jetzt kann ich, habe ich auch genug Bären schon eingelagert, das heißt, ich kann heute Abend auch noch ein paar Bären verkaufen Das Lachsbären wahrscheinlich auch nicht, niemand mag Lachsbären Der ist ganz schön bitter, der Witz Ich lese vor Ein älterer Mann geht mit einem Kind wandern Das Kind fällt ganz tief runter und hat alles gebrochen, außer den Kiefer Sagt der Mann, beiß dich ans Seil Der Mann zog und zog und auf der Hälfte fragt er Geht's dir gut? Und das Kind hat geantwortet Oh, der ist böse Ich sag ja, der ist ganz schön bitter Gibt noch einen, also noch einer geht, aber ich glaube, mehr Witze brauchen wir dann nicht Weil wenn man zu viele Witze am Stück macht, geht das auch nicht mehr Aber wenn du noch einen hast, kannst du auch noch einen raushauen Ich habe einen indischen Glaswels gefangen Ich dachte, jetzt kommen wir, ich habe einen indischen Witz Es wäre ganz cool, wenn irgendjemand ein Saatgut aufbringen würde Wenn ihr noch Zeit habt Ich bin fischen und schon in der Mine Ich kann Saatgut holen Es ist, glaube ich, tatsächlich egal, weil die anderen sagen, die alle noch reif werden Oder einfach irgendwas, was Geld bringt, ist das egal Alles Geld bringt, tadaaa, kannst du alles holen Kratappeln Da fällt nur, wie gesagt, muss in der nächsten Zeit vielleicht hin Ein Steinfisch, neuer Erfolg Fischer Ja, den habe ich davon auch bekommen Das ist wahrscheinlich, wenn du irgendeinen besonderen, den dann bloß in bestimmten Bedingungen fangen kannst oder so kriegst Der sieht da unruhig aus Der sieht da unruhig aus Ein bizarrer Fisch, der wie ein Ziegel geformt ist Kann man doch auch ein Haus bauen, wenn man genug Steinfische hat Ein Steinfischhaus Gott, wie furchtbar Danach gehe ich nochmal in die Mine Man kann sogar irgendwie auf Fernseheisen Ich weiß nicht, der ist unter Umständen vorhersehbar Der Mann war neben einem Brunnen und er wollte wissen, wie tief der Brunnen ist Also hat er einen schweren Stein reingeworfen Und nach ein paar Sekunden sprang eine Ziege hinterher Danach kam ein kleiner Junge und fragte Hast du meine Ziege gesehen? Sie waren im Stein festgebunden Oh Mann Benni, hast du noch zufällig Ackerzeug dabei, also zum Verstellen? Du müsstest erst düngen und dann Samen sehen Der Mann wurde gesehen, das ist Wurst Ich habe echt nie gedüngt Echt nicht? Nein Das bringt deutlich bessere Erzweifnisse Das bringt halt mehr Silber- und Gold-Sachen Ich habe trotzdem 4000 Gold-Erfahrung gehabt Es ist halt nicht schwierig in dem Spiel Geld zu machen Aber trotzdem musst du erst den Dünger machen und dann Ich hau das jetzt einfach mal in die Kiste rein Weil der kann nicht zum Farben dann nach oben Aber hier ist noch Platz dazwischen Packst du doch hier noch freie Flächen Was zur Hölle? Dude Ich glaube, er will es in die Kiste packen, damit er zum Mino kommen kann Oder wie war das? Ja, aber er will den halt noch zu Ende sehen So, ich muss jetzt mal zu Robin noch Es ist noch 13.30 Uhr, es muss noch gehen Das kann ich nicht verstehen Dieses Tal hat ein sehr lebendiges und vielfältiges Ökosystem Das ist einer der Gründe, warum ich hierher gezogen bin Cool Äh, verdammt Robin ist nicht da, oder? Das ist doch nicht euer Ernst Da ist Sebastian wieder, der hat gerade Mittag gegessen Aber ist irgendwie nicht jemand in diesem Scheiß-Kaff, oder? Nee Die weiß nicht, wo die ist, die ist Ach, Moment mal, die könnte Hat die da irgendwie noch einen Keller oder sowas? Was zur Hölle? Ach, Moment mal, die hat noch so ein hinten Haus, oder? Da gibt es noch einen zweiten Eingang Kann man da rein? Nee, nur alle 10 Level ist eine Truhe Und wenn du noch ein bisschen wartest, dann bin ich schon bei Level 30 Leder Schuhe Auch schon wohl Wie konnte man die in Anziehen? Äh, indem du Escape drückst und dann Und dann? Ähm, auf deinen Kopf Klicken Oder? Geht nicht Annehmen die direkt einfach nur Escape und dann hast du links unten, äh, also direkt unten dein Bild Und das so links daneben, so es läuft Sorry Genau Nee, nicht 15 Und der Schaufel schlagen 20 will ich Und der Schaufel kostet nämlich Energie Stahlkopf schwer Yeah Genau Ich bin jetzt schon bei Level 28 Also wie gesagt, nur immer noch ein bisschen Naja, ich tue jetzt einfach in Ich bin in die 15 mal gesprungen Wartet, dann spring auf die 10 Da warst du nämlich auch noch nicht Da gab es auch eine Truhe mit irgendwas drin Ich will doch nur ein blödes Beil zurückgeben Halben Tag rumgerannen Nicht gefunden Da bist du Hey, du hast meine Axt gefunden Was für eine Leichterung Ich hab mir fast die 10 mit der anderen abgeschlagen Danke dir Warum ist denn die Hälfte jetzt mittlerweile so dunkel? Von der Map Keine Ahnung Robins verloren Axt 250 Gold Tut das nur, dass das sehr so dunkel ist Warum, gib mir noch ein Level Kann das nicht so schwer sein So, was muss man hier eigentlich noch abliefern So Ich hau ab Ich hab keine Energie mehr Plus Fische Aber der Truhe war jetzt nicht mehr Krabbenräuse haben wir noch nicht Nachtfische Ne Truhe war doch nicht mehr Gleich Fische Spezialfisch Jetzt warst du auf Level 20 30 Ozean Ja, nee, da war keine Keine Ahnung Eigentlich ist es alle 10 Aber Heute ist es auch alle 20 Hier, was ist denn los? Ist eine Katze, die will, dass du jetzt mit ihr spielst Nutzpflanzen Frühling Ah, die kann man hier fertig machen Sehr schön Nutzpflanzen Qualität Wir brauchen übrigens 5 Gold Pastinaken Damit wir das hier abmachen können Braucht 5 Goldpflanzen Zum anbauen Was schon Bei dem Gemeindezentrum Achso Brauchst du 5 von den Gold angebauten Sachen Kann sein, dass wir da mehr brauchen, wo wir jetzt zu dritt spielen Keine Ahnung, auf jeden Fall Will da 5 Stellen haben Ja, gut mit dem Dünger sollte das weniger ein Problem sein Sammeln Winter, Sammeln Sommer Dann bauen wir jetzt ganz Jetzt nur noch Pastinaken kaufen und anbauen Weil wir nicht mehr so lange Zeit haben im Frühlinger Ja, dann ist mal nochmal Pastinaken Pastinaken sind mal 4 Tage fertig Das sollte ganz gut Dann müssen wir das vorher düngen Da an der Stelle Ich hab meine To-Do-Liste geschafft Rob in die Axt zurückbringen Wow Und mich um die Farm gekümmert, ja Hier gießen und ernten Okay, okay, okay Guck gleich mal, was da alles rausgekommen ist jetzt Hast du schön gemacht Weiß ich jetzt schon Brauch ich gar nicht gucken Bin stolz auf dich Kann man einen Schulterklopfer vertragen, ja Mach klar, was ist denn los Ich klopfe mir auf meine Schulter Das ist deine Wo kommen die ganzen scheiß Viecher hierher Sind wir jetzt hier messe, die Zwillinge oder was Was macht man eigentlich mit Kann ich das rostige Schwert einfach wegtun Wenn ich das Stahlschwert hab Du kannst es verkaufen Aber nicht in unserer Truhe Sondern oben bei den Ach steht, da wollte ich ja eigentlich nochmal vorbei Mein rostige Schwert verkaufen Was, wo kann ich es verkaufen? Bei diesem Abenteuer-Club Ach so Ja, aber die Ja, ich kann es auch mal mitnehmen bei Gelegenheit Ich habe es gerade noch im Inventar Moment Da muss ich wieder reintun Ich bin zwar schon auf Level 33 Aber ich finde Du solltest zurückkommen zum Schlafen Eingang nicht Ja So, Cola Jo, am ganzen Tag habe ich jemanden gesucht Wobei, ich habe ab 13 Uhr angefangen mit Robin suchen Und 19 Uhr habe ich sie gefunden Und das ist ein kleines Dorf Ja Und das ist ein kleines Dorf Ja Und das ist ein kleines Dorf Und das ist ein kleines Dorf